Es ist wirklich ein Geschenk, sich im Nachbarsgarten eine schön gewachsene Linie anzuschauen und sich daran zu erfreuen. Es dauert zwar nicht lange, dann ist das Prachtexemplar schon wieder verblüht. Aber was soll's, danach freuen wir uns einfach auf das Blühen der Linie wieder im nächsten Jahr. Doch jetzt nah nicht von fern, auch die Tränen, was auch...